Alright, man! Aber ich weiß nicht, ob ich die nach You try to swim in Lava noch hab. Ich glaub eher nicht. Obwohl ja Obsidian und Diamanten drin sind, ne? Eigentlich dürfte da nix passieren. Wie heißen die noch? Die Schwestigen Longfall, ne? Leuchtet erst jetzt mal so provisorisch hier aus, ey. Wir haben immer noch keinen Obsidian. Weiß nicht, ich leuchte hier alles aus und dann spawnt genau da einer, wo ich gerade nicht ausleuchte in dem Moment. Ja klar, weil dann erhöht sich die Chance natürlich, dass er da spawnen, ne? Ah ja, stimmt. Irgendwann muss es dazu kommen, quasi. Weil im ganzen Shunk alles ausgeleuchtet ist, außer die Stelle. Und dann kann er... Dann kann er nur noch da spawnen. Kommt der Zombie, ne? So, sehr gut. Hau ab mit dem Ding. Guck, da ist er. Matsch. Voll zerstört. Der Zerstörer. Oh, der Ordner ist wieder hier. Der Einordner? Der Einordner? Ja. Ich flieg jetzt mal irgendwo hin und guck mal, was hier so ist. In dem scheiß Regenwald, der hier noch... ist, wo wir noch nicht so wirklich lang sind. Ach, da hinten meinst du? Ah. Ah, ne. Nee. Aber die sucht mir gleich eine Portal dann. Wo ist denn nochmal drunter unter diesen Spinnenwebenbäumen, ne? Hast du gesagt, ne? Ja, nicht nur. Aber da war die Chance hoch, glaub ich, ne? Ja. Ah, hier ist schon mal ne Ruine. Ohne Kiste. Was ist denn das? Ich flieg hier so lange, ey. Heiko, wo bin ich denn jetzt? Dad, wir sind jetzt alleine. Peter ist weg. Was hast du gemacht? Voll die Falle. Hilfe! Haha. Wie komm ich denn wieder zurück? Gar nicht mehr. Bitte, Sarah. Wo ist er denn? Äh, komm mal nach Hause so. Boah, ich bin 400 entfernt. Ja, wärst du mal nicht weggegangen. Ja, hättest du ja was sagen können. Voll die komische Welt hier. Wo bist du? Ist doch voll cool. Wo bist du denn? Hi. Guck, hier kommst du wieder zurück. Was ist da für ne Welt? Das ist so ne random Welt generiert. Also an sich ist sie jetzt nur flach und mit Dschungel anscheinend. Ah, okay. Aber was hat man Hunger? Okay. Ah, okay, man. So, soll man nicht so ein Minecraft, Minecraft-ception-Mod machen? Wo, äh... Welt in Welt in Welt ist? Ja, wo man in-game quasi Minecraft spielt und sich das vorher craftet. Und dann wieder eine neue Welt. Genau. Und da auch wieder drin spielt. Ja, genau. So voll krank, so. Boah, wie viel hier kaputt ist, ne? Dadurch, dass hier immer rumlungert. Wir lungern gar nicht rum. Weißt du, was dir in der Welt hier verpasst? Ne, warte. Wo seid ihr denn? Ich bin im Lager jetzt. Ich bin zu Hause. Was ist denn da, Heiko? Tausende Kisten und tausende Spanner. Hm? Ist ruhig. Wo denn? Wo? Wo lang? Wo? Wieso wird der Meister-Griefer nicht nervös? Ich geh schon hin. Wohin denn? Ja, dahin, wo ich bin jetzt. So, jetzt bin ich auch in dieser Welt. Wo sind diese Kisten? Wie sei denn da hingekommen? Über was scheiß Buch da? Ja. Warte, komm mal hier. Ähm, Südosten. Weißt du mich? Was muss ich jetzt machen? Rechts klicken und in das schwarze Feld klicken. Ach so. Guck da hinten. Ja, weiß ich doch nicht, dass ich in das schwarze Feld klicken muss. Wo seid ihr hier jetzt? Ach, da. Ah, da. Das ist eine Katze. Wo bin ich denn vergiftet? Ähm, weil die Welten so Nebeneffekte haben. weil man die random kreiert und die hat jetzt halt Hungereisen im Effekt. Toll. Und was? Guck mal, wie viel Pille hier ist. Awesome. Wah. Hier kann man keine Blöcke werfen, ah doch. Die müssen halt mal ausleuchten, glaube ich, ne? Seid ihr da unten drin oder was? Ja. Mhm. Wie seid ihr denn da reingekommen? Da ist die Tür. Abgegrieved. Da könnt ihr Spawner sammeln. Oh! Pickaxe of the core. Ja. Gut. Ein fucking fassbar. Nimmst du den mit, dann nehme ich den anderen. Äh, konnte ich nicht. Der ging kaputt. Ne, der ist doch noch da. Ja, das lebt bei mir gerade irgendwie alles so komisch lange hier. Wo geht's hier raus? Joach, ich hab Hunger 3, Mann. Können die so gar nicht mitnehmen, glaube ich. Wieso? Ja, du kannst ja schlecht, äh, die Portal Gun halten und gleichzeitig, oder die Gravity Gun halten und gleichzeitig in das Buch klicken. Das stimmt. Das könnte schwer werden. Da müssen wir halt hier einen Spawnerturm bauen unter einer Mobfarm drum. Direkt am Eingang. Das stimmt eigentlich. Die Idee ist gar nicht blöd. Dottie ist von Teddy, muss blöd sein. Boah. Okay, hier. Komm, lass es hier sammeln. Oh! Nein! Oh! Oh, ich leb noch, ich leb noch. Wo ist denn der Eingang? Äh, hier. Fuck, dunkel ist hier aber ganz schön scheiße. Boah, da hat mich ein Creeper komplett fertig gemacht, krass. Da muss man eben kurz hier weg, ey. Jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Boah, ich hoffe meine Sachen liegen da noch. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Boah, die pickings of the core. Aber die könnte ich auch bauen. Doch 92 Meter, wir sind doch 80 Meter. Da, ich seh schon. Mann ey, man kann doch nicht mal'n den Scheiß-Tresors von Pöder mitnehmen. schade so ein scheiß so geht das nicht finde ich extrem kacke oh mein gott hier folgen gerade spinnen viele spinnen ich hoffe nicht hilfe heiko hilf mir also ich snack erst mal gemütlich zu hause werden hier 120 meter entfernt faktisch will es immer noch da ich glaube die welt ist nicht ganz cool wir schlagen auch immer wieder blitze ein so rinden hallo sehr gut bin ich bin ich bis mein jetpack bin ich haha ich habe auch nicht da muss ich dann noch mal hin rennen kann sein hat er noch liegt wo denn in die richtung 134 meter anderem tempel vor der regner rätsel war schnell hier gerade hier ja ja sehr gut danke supergut supergut oder sind aufgeladen creeper genau dran möglichst gibst du mir mein jetpack wer ich danke der heiko jetzt ist hier recken das wäre gas geben wo wie wir mobs hier spawnen das ist echt der hammer immer bock auf kloppen hast dann kannst du den xp farmturm wo seid ihr noch in der welt hier oder ja ich bin immer noch in dieser abgefuckten scheiß welt ist geil die schwein die man in luft werfen kann ich glaube Ted wirft nur die ganze zeit durchgehend das heißt einmal was anderes den scheiß hier weg mach ich auch das ist voll geil hauptsache hier ist ein lavasee im dschungel der creeper der creeper italien oh ihr lichter seid immer noch in der welt hier oder in der anderen wir sind noch in dieser in der ultra welt boah da ist nur scheiße drin guck mal da ist gerade ein blitz eingeschlagen jetzt brennt das da im baum geil da muss ich hin da geben bestimmt noch die ganzen viecher hin krass ich kann die sonne sehen wie die unter der erde ist wie die unter der erde ist ja weil da hat sich die welt noch nicht aufgebaut was denn hier passiert mann hier ist ja gar nichts mehr oh die mittelfingerbäume sind hier geil ich hab noch mal ein tempel gefunden gerade das ist noch ein tempel warte ich komme also hier findest du ziemlich viel eigentlich aber die nebeneffekte sind ja nicht so toll ja gut homa ne jetzt ist halt brutal viel los aber jetzt gleich ist der tag gibt ihr noch so eine kuhwelt wo nur kür sind aber ich seh dich gerade irgendwie gar nicht in welche richtung bist du gegangen ähm warte ich seh es gerade nicht äh nach nach nordosten vom portal aus ja da bin ich auch gerade auf dem weg hin zu weit weg für mich ich muss mal eben kurz vor der ersten und regenerieren ist mich gleich tot ey boah der gamesound ist gerade so laut ah jetzt seh ich dich auch ich glaube essen muss man hier perma ne in der welt irgendwie schon ne ich hab perma hunger ich hab so wahnsinnig hunger oh ich hab auch ein tempel gefunden warte ich reiß mal das dach weg dann verbrennen die alle die wichser ah ich seh dich schon ist aber merkwürdig hui da komm ich wenn man rein da war ja ich war grad schon drin ich drück mich mal hier durch ach so und was war da cooles drin ähm ein stahlschwert, stahlschuhe und sonst nur scheiße das war auch nur scheiße was du da gerade erzählt hast was kann man denn mit diesen formeln nochmal machen ich hab jetzt wieder vier stück gefunden das ähm weiß ich jetzt auch nicht frozen ocean biome und sowas und war da ne portal gun heiko schade ja ja ich werde eine finden ich werde eine finden da war eine oder wie eine portal gun was redest du da ja alles klar ne portal gun? da hab ich ja zwei mach äh mit den seiten kannst du ja solche welten erstellen wie in der wo wir gerade sind nur ohne die nebeneffekte ach so ich hab auch ein large biome irgendwas gefunden und davon noch was und hier vorne noch was ja nein geh weg voll die farmwelt so ne einmal so abgriefen einmal durchfliechen so ja ne die verzaube ich jetzt pickaxe of the core ich hab nur gleich keine ahnung mehr wo der ausgang ist ja ich hab mir einen höheren Wegpunkt gemacht schade Ted ja kannst du mir gleich sagen ist aber sehr schade ich werde auf der anderen Seite des Portals erstören lol